Gute Möglichkeiten. Ich muss aber sagen, dass der Gegner auch eine bunte Chance hat in der ersten Halbzeit, wo unser Torhüterruf hervorragend gehalten hat. Und in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich schlecht angefangen, weil wir gedacht haben, das geht dann von alleine und das wird dann schon irgendwie passen. Wir schießen dann das zweite Tor und ist dann so weitergegangen, dass wir elf Meter noch verursacht haben und dann 2-1, dann hat der Gegner natürlich wieder Energie, versucht nochmal alles und das ist dann immer schwieriger. Also das sind unnötige Situationen, die wir auch besser noch in den Griff bekommen müssen, dass wir mehr Ball besit haben, dass wir ruhiger spielen und weniger Hektik in unserem Spiel drehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.